Und hallo zurück. Da sind wir wieder. Beim letzten Mal haben wir uns ja hier ein wenig am Lagerfeuer gemäßigt gemacht, weil die Episode so nicht zu lang geworden wäre. Jetzt würde ich sagen, ich weiß nicht genau, wo wir hin müssen, aber wir müssen auf jeden Fall schon mal rüber. Oh, ich wollte gerade noch sagen. Es ist aber mega laut gerade geworden. Da können wir runter. Und dann? Soll ich jetzt hier hochsprecken? Achso. Ah, okay. Ja, und jetzt? Hallo? Beweg dich doch einfach mal. Ach, damit kann man sich runterlassen mit der Taste, okay. So, und jetzt? Was ist das? Kann man da irgendwas mitmachen? Nee. Was ist mit beiden? Äh, ja. Komm hoch? Ach, kannst du nicht. Okay. Äh, ja. Dann kann ich da nicht hochspringen. Ups, nein, kann ich nicht. Gut, dass ich gerade nichts sehe. Ja, müssen wir eigentlich nach oben oder müssen wir eigentlich nach unten? Das weiß ich jetzt gar nicht. Da ist ein Weg. Was wäre denn, wenn ich da hinspringe? Da dreht sich wieder was? Moment. Aber eigentlich, theoretisch, aber den Sprung schaffe ich wahrscheinlich nicht, oder? Ja, bis gerade sah das alles irgendwie noch sehr einfach aus. Wie gesagt, bis gerade. Ähm, auf den Balken werde ich wahrscheinlich gar nicht... Moment. Da sind Zahnräder. Müssen wir hier irgendwas aktivieren vielleicht? Ich kann ja einfach mal probieren, ob wir da eventuell drüber springen können. Ich glaube es ja nicht, aber gut, dann sterben wir halt mal. Okay, also wenigstens hat sie versucht, sich festzuhalten, bevor sie gestorben ist. Das ist ja immerhin schon mal etwas. Ja. Müssen wir da hoch? Und was hat das da mit dem... Hat das ein Tuch auf sich? Das sieht fast aus wie ein großes Segel oder so. Muss ich hier unten eigentlich irgendwas zum Laufen bringen? Nee, das kann ja nicht sein. Das hier unten ist ja alles zu... Lass mich mal gucken hier. Da unten sind kaputte Segel. Da unten ist aber was zum Randspringen. Wodurch man dann aber wieder nach oben kommt. Das wäre dann auch unlogisch. Kann man sich denn nicht abseilen oder so? Nee? Ich glaube, abseilen kann man sich letztendlich nur, wenn man da wirklich mit dem Haken dran ist, ne? Da oben komme ich auch nicht weiter. Dass ich mich da rumhangeln kann oder so vielleicht. Doch, die kann sich... Ach, ich habe die Kletterwand nicht gesehen. Ja, toll. Es war so klar. So, dann lasst uns mal runtergehen. Haha. Was, weiter geht's nicht? Dann schmeißen wir uns einfach runter. Au. Au, au, au. Gut. Da sind wir. Die Frage ist jetzt nur, was machen wir jetzt hier? Ist das jetzt dieser Teil? Da hinten ist die Wand. Ja, das ist der Teil. Nein, nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Oh nein. Oh, jetzt sag mir bitte nicht... Nee, ich muss nicht wieder komplett von vorne anfangen. Okay. Okay. Ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich wollte mich festhalten, aber ich muss ja da hochspringen. So, was hatten wir doch schon mal. Das Problem. Äh, da komme ich jetzt nicht weiter oder wie? Das ist schlecht. Ähm. Ernsthaft? Doch. Ich kann springen. Okay. Äh, ja. Ich kann springen. Und dann? Dann kann ich gar nichts mehr. Was mache ich jetzt hier? Ach, hier geht's noch weiter. Oder? Ah, das sieht gut aus. Hier könnte ich mich jetzt runterhangeln. Die Frage ist nur, bringt mir das jetzt irgendwas? Bringt mir das jetzt irgendwas oder nicht? Das ist die Frage. Weil jetzt auf einmal kann ich mich so viel runterhacken. Was war das? Haben das gerade Pfeile? Habe ich das gerade richtig gesehen? Moment. Da ist eine Kletterwand. Da war doch irgendwas. Genau. Haha. Boah, wir sind abend vorbei. Wir schaffen das. Wir schaffen das. So. Jetzt bin ich anscheinend nicht am Ziel. Weil ich keine Ahnung habe, was ich jetzt hier machen muss. Ähm. Ist da irgendwas? Halten sie zum Ziel? Ja, ja. Das mit dem Seil habe ich schon verstanden. Aber wo soll ich das hinschießen? Hier ist doch gar nichts. Über mir ist auch nichts. Dann muss ich da jetzt erstmal schießen. Oh. Fuck. Das war nicht die... Das war nicht die Seile. Ähm. Ja. Ich habe es da schon nicht verstanden, wie ich meine Pfeile ändern kann. Sind das die normalen jetzt? Sind das Seilfeile? Ich weiß es nicht. Ja, es sind Seilfeile. Okay. Ja. Das ist nett, dass wir das jetzt machen können. Ach. Ach so. Ich bin so blöd. Ich bin so blöd. Und blind auch noch oben rein. Sieht vielversprechend aus. Ja. Äh. Oder auch nicht. Oder? Moment. Erfahrung. Beeindruckend. Ach du Scheiße. Das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Das ist nicht euer Ernst. Oh mein Gott. Äh. Ja. Und jetzt? Hallo. Wo muss ich hin? Oh. Oh mein Gott. Das ist nicht euer Ernst. Muss ich da jetzt... Muss ich hier ernsthaft hochklettern? Oder kann ich hier springen? Oh Gott. Oh. Oh. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Oh. Was ist das? Oh. Kann ich da zu hoch? Anscheinend. Jetzt gucke ich aber doch nochmal eben. Das sieht zwar sehr einladend aus, aber... Gibt es hier noch irgendwas? Ähm. Ja. Aber das bringt mir anscheinend nichts, wenn ich hier rüberspringe. Okay. Dann versuchen wir jetzt hier erstmal eine ebene Höhe zu kommen. Das? Das geht. Okay. Ja. Geh hoch. Komm. Los. Die geht noch nicht. Ja toll. Das ist nicht... Das ist doch Verarsche. Okay. Die geht noch nicht. Das heißt... Dass wir jetzt irgendetwas machen müssen. Und ich denke mal, dann kommt der Teil hier dazu. Oh nein. Bleib hängen. Bleib hängen. Ähm. Wo kommen wir denn da hin? Oh mein Gott. Okay. Ach so. Ah. Okay. Gut. Das Gute ist zumindest, wir sind halbwegs safe hier oben. Hoffe ich zumindest. Ähm. Und jetzt? Jetzt bin ich ganz oben. Wo war ich jetzt? Jetzt bin ich ganz oben? War ich hier nicht eben schon mal? Och, das ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Bin ich jetzt wieder da, wo ich angefangen hab? Na toll. Das ist doch jetzt Verarsche pur. Ähm. Ich hab ein Seil in der Mitte. Das ist aber das, was ich eben schon angeschossen hatte. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das nochmal irgendwie benutzen kann. Äh. Ah. Okay. Dreht sich jetzt... Ne, das Ding dreht sich aber noch nicht. Aber da war nicht genug Kraft drauf. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das Ganze von der anderen Seite aus machen müssen. Da hinten... Käme ich rum. Wenn ich wüsste, wie ich, äh... Da hinten hinkomme. Also wenn ich mich... Kann ich mich hier von außen irgendwie dranhangeln? Geht das? Ich denke ja eher nicht, aber... Ja. Ja. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie man hier auch sterben kann. Äh. Ja. Also, ich weiß jetzt, wie ich zurückkomme. Und ich war in dem Mitte. Ich hab von da oben, hab ich da hinten das gesehen. Aber wie komme ich von hier aus? Komme ich da irgendwie dran? Oh, oh, oh. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Kann ich mich da dranhangeln? Wahrscheinlich werde ich jetzt so sterben. Äh, ja. Ich werde sterben. Okay. Also, ich schätze, da ist nicht der Weg, wo man sich dranhangeln kann. So. Ich... Nein! Ich wollte eigentlich da oben. Hallo? Ja, geh hoch! Mein Gott! So. Ja, so viel weiß ich auch schon. Wenn ich da jetzt hochspringe, komme ich wahrscheinlich auch irgendwie dran. Wenn ich... Äh... Oh! Eigentlich wollte ich jetzt nur gucken, ob ich von hier aus einen besseren Überblick habe. Aber so ist es natürlich auch besser. Moment. Das kann ich nicht benutzen. Okay. Ähm... Ich wollte eigentlich schauen, ob ich hier irgendwo was sehe. Moment, da geht ein Balken... Achso, da kann ich rüber springen. Wie mehr Segel. Wie mehr Segel. Gibt es mehr Segel. Und hier ist was zum Reinschießen. Das habe ich aber eben, glaube ich, schon benutzt. Achso, ich habe jetzt runter. Ah. Den Balk vor lauter Bäumen natürlich will er nicht sehen. Wie immer. Lara, Lara. So wische ich mich nicht. Oh, was hat... Halt dich fest. Muss ich da ums Eck? Ich muss da ums Eck, okay. Ähm. Die Frage ist, kann ich da hochspringen? Ich kann. Sehr schön. Oh, oh, oh. Kann mich das erwischen? Ich glaube, das kommt mich erwischen, oder? Ach du Scheiße. Ei, ei, ei. Okay. Was muss ich jetzt machen? Hilfe? Oh. Oh, 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 oh. Das ist ein Loch. Das ist ein Loch. Geht er durch? Geht er... Oh, mein Gott. Boah, das war wirklich knapp. Lara, hast du gut gemacht. So, hier ist wieder was zum Schießen. Da sind zwei sogar. Also hier ist was zum... Was ist das? Ist auch noch was zum Schießen. Hm. Okay. Was soll ich denn jetzt nehmen? Das oder das? Das. Okay, das war es anscheinend nicht. Aber nett, wie eindrucksvoll sie das einem sagen. Ja? Ja? Okay. Ach, hier oben kann ich hoch. Aber warum soll ich mit dem Segel... Das dreht sich doch. Ist das da nichts Gutes? Ach nee, von hier bin ich ja gekommen. Moment. Kann ich da irgendwie durchschießen? Ich kann da durchschießen. Moment, ist das? Ah, Moment. Moment. Ich habe eine Vermutung. Ich weiß aber nicht, ob es funktioniert. Ja, genau. Und das sieht mir so ein bisschen aus wie eine Tür. Kann das sein? Das könnte klappen. Ah, sehr schön. Muss ich mich jetzt da anstellen? Nein! Oh! Verdammt! Der Hebel kann die Tür nicht mehr halten. Du Idiot! Geh da rein. Los! Verdammt! Das funktioniert nicht. Äh, okay. War aber ein guter Gedanke. Äh, achso, Moment. Ah, Moment, Moment. Haha, wir haben noch Trick 17 eventuell. Aber kann ich das... Kann ich von hier aus gar nicht anschießen? Ja. Könnte eng werden. Nein, du sollst das... Du sollst das doch da dranhängen. Geht das nicht? Hm. Ich stelle mir nicht, dass man da dranhängen kann. Ist gar nichts, ne? Aber das muss doch gehen damit. Das Problem ist nur, dass ich... Äh, wenn ich da stehe... Äh, wenn ich hier so in der Nähe stehe, das Ding nicht mehr anschießen kann. Das ist Mist. Ne. Ich weiß auch gerade gar nicht mal, wo es ist. Hm. Hier habe ich auch nichts, wo ich das irgendwie dran machen könnte. Äh, äh... Was ist denn... Achso, was ist denn, wenn ich... Ja, von da aus komme ich da aber auch nicht ran. Oder... Ne, das wäre jetzt unlogisch, wenn ich das Ding da dran machen würde... Und das drehe... Da ist wirklich nichts, um das dran zu machen. Hier auch nicht irgendwie... ...dass ich hier irgendwie hochklettern muss oder so. Hm. Aber hier macht es auch nicht dran fest, nehme ich mal an, ne? Oh. Ah. Lara, bist du denn dämlich oder was? Ihr macht es auch nicht fest. Oh nein. Nein, nein. Ich wollte doch welche machen. Ich wollte die nicht kaputt machen. Scheiße. Ja. Also, Fakt ist... Aber das... Wenn wir das auf die Schnelle machen, geht das wahrscheinlich auch nicht. Och Mann. Kann ich nicht einmal diesen blöden Pfeil lassen, den ich drinnen habe? Was ist denn, wenn ich da rüber laufe? Dann bin ich hier wieder eingesperrt. Ähm. Ja. Das ist wieder da oben, das, um da hinzukommen, ne? Aber ich muss hier die... Doch, das... Das muss aber doch eigentlich gehen. Ich muss die Segel... Ich muss die Segel... Okay. Ähm. Hm. Ja, ich finde das auch nicht toll, Lara. Ach, jetzt klebst du doch, oder was? Hat das jetzt funktioniert? Kann ich da was sehen? Aber da dreht sich jetzt nichts, oder? Moment. Ey, sag mal. Geht es noch? Die haben sich aber irgendwie gedreht. Hm. Ich bin nicht. Also, wir haben den Hebel. Wir haben das, und wir haben das. Wie ich mich da hinstelle, kriege ich das nicht hin, auf den zu schießen. Von hier aus würde ich es hinkriegen. Die Frage ist nur, bringt sie das dann da hin? Also, ich denke mal, das ist zu weit weg, aber... Ich weiß es nicht. Ach so, Moment. Oh, scheiße. Jetzt habe ich gerade was gesehen. Ja, das hält. Ah, ich bin so blöd. Der kommt ja nach vorne. Oh, mein Gott. Hätte ich auch vorher drauf kommen können. Da. Da hätte ich auch vorher drauf kommen können. Gut, jetzt dreht sich die Leiter. Ja. Äh, welche Leiter? Oh. Ist das hier alles kaputt gemacht? Das hängt fest. Ach so, die meint... Das meint die mit Leiter. Ja, ja, ja. Okay, dann... Äh, ja, super. Äh, nee, darum nicht. Wo sind wir denn jetzt überhaupt hinkriegen? Ähm... Da können wir hochklettern. Ist nur die Frage, ob wir da jetzt auch hin müssen. Ah! Oh, oh. Nein. Nein. Hallo? Ich brauche einen anderen Weg nach oben. Äh... Okay. Hm. Nein. 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 Ja, spring bloß nicht da hoch. Hallo. Was macht die denn? Was war denn das jetzt wieder für ein Scheiß? Die soll da hoch springen. Ah, das ist aber nicht euer Ernst hier. Ja, dann hängt die an dem Weißen. Und warum geht die da nicht nach oben? Kann die da nicht hoch? Doch, oder? Das Problem ist nur, selbst wenn ich da hinkomme... Ach so, ich könnte eventuell auf diesen Querbalken drauf. Ja, okay. Oh mein Gott. Ich hasse solche Sprungaktionen. Wenn ich nichts sehe. So. Ja, jetzt kam sie... Jetzt kam sie einfach hoch, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ähm... Okay, muss ich hier überhaupt hin? Ach so, da oben. Ah, okay. Eine Kletterwand. Ähm... Allerdings... Rechts ist auch nochmal eine Kletterwand. Ich weiß noch mal nicht, ob ich da hinkomme. Ja, du sollst dich auch festhalten. Äh? Jetzt bin ich da. Toll. Du sollst dich auch festhalten, Mädel. Das war jetzt alles andere als schlau, was du da gemacht hast. Äh... Äh... Nee, den will ich auch nicht. Den will ich auch nicht. Ja, halt dich doch fest, Mann! Ach so! Jetzt habe ich das gecheckt. Das ist nicht überall drumherum. Ah, das ist doch hinterhältig von euch, Jungs. Das ist hinterhältig, aber von der allerübelsten Sorte. So, nach dem Kleinen... Das ist drin. Ach so, ich weiß aber nicht, ob es jetzt oben ist. Nein, geh nach links! Geh hoch! Los, los! Oh! Mein Gott, ist das kacke! Ich kann da hochklettern. Ja, das ist ja auch alles schön und gut. Ich könnte mich auch abseilen, aber das bringt mir natürlich nicht allzu viel. Da hinten komme ich wieder raus. Da käme ich rüber. Aber die Frage ist, muss ich hier überhaupt 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 kommen? Oder hätte ich jetzt vielleicht auf die andere Seite gehen müssen? Äh... Das sehe ich ja jetzt erst. Die Tür ist ja kaputt gegangen. Muss ich jetzt hier hoch und von oben aus irgendwie da rüberspringen? Aber das wäre, glaube ich, sehr, sehr gewagt, oder? Also irgendwie habe ich das Gefühl, das hat irgendwas mit der Kletterwand hier zu tun. Aber wenn ich da rangehe, dann knall ich runter. Obwohl, Moment, da oben ist nicht... Ah, ich glaube, ich hoffe, dass ich eventuell... Ah... Nee, doch nicht. Kann ich nicht hochklettern. Das ist doof. Hm, ich dachte, ich könnte vielleicht auf die Steine drauf. Hm. Moment, Moment. Ich kann mich doch... Aber ob mir das was bringt, weiß ich nicht. Nee, eigentlich sollst du... Mädel, du sollst hin- und herlaufen. Kann ich nur anhand der Wand... Anhand der Wand... Äh... Hin- und herlaufen. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, dass wir wirklich durch die Mitte müssen, obwohl da ist was dran. Kann man sich nicht festhalten, oder? Da kann ich auch nicht rum. Konzentriert schaute sie in der Gegend herum. Okay, also ich kann auch nicht oben irgendwie ein Seil hinwerfen, oder so. Ja, sowas ist doch pervers, mal ganz ehrlich. Aber da oben sind Stufen. Ich muss bestimmt da hoch. Aber wie soll ich das machen, wenn ich da drüber springe? Bin ich tot. Da müsste ich jetzt eigentlich springen. Oh mein Gott. Heim! Ah, okay. Ich komme auch nicht nach rechts, wobei, oder? Da ist nichts. Gut, wenn hier auch nicht. Gut, wenn hier auch nicht. Also ich bin immer noch der Meinung, dass ich irgendwie da rüber kommen kann und, weiß ich nicht, in der Art Seilen wahrscheinlich nicht, vielleicht auf den Balken da springen kann, oder so. Also wenn sie da wirklich rüber kommt, warum ist sie da nicht rüber gesprungen? Aber sie zeigt ja an, dass sie rüber springen will. Wirst du mich jetzt verarschen? Lara, ganz ehrlich, willst du mich verarschen? Ich mein's ernst. Moment, da kann ich aber weiter. Ach, da kann ich ruhig klettern, okay. Oh mein Gott, hier geht's weiter. Und weiter. Ja, das hab ich auch gerade gesagt. Achso, da sind die weißen, okay. Oh, oh, oh. Ah. Moment, da sind die Dinger. Achso, die drehen sich mit, okay. Nee. Die drehen sich nicht mit. Nicht höher. Nicht höher. Oh, wir müssen aber da... Oh. Eieiei. Leck mich doch an den Füßen. Oh, ich hasse solche Zähne. Oh. Oh my goodness. Muss wir hier rum? Das ist so schön eingezeichnet. Zieh hoch, komm, komm, komm. Kommt da jetzt noch irgendwas? Huracan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Ach, der Vogel. Also der, der Adler. Und jetzt? Von hier aus müsste ich runter zu der Kammer gelangen. Ja. Das war ursprünglich mal unser Ziel. Oh, Moment, das ist weiß. Ah, okay. Dann müsste ich aber wahrscheinlich ein bisschen näher erst mal rangehen. So, und jetzt? Können wir hoch? Nee, aber runter können wir, ne? Ah, der geht automatisch, okay. Ähm. Kann man... Es sieht aus, dass man hier laufen kann. Ah, ja, man kann laufen, okay. Vorsichtig. Äh, die dreht sich doch bestimmt gleich wieder. Oh ja, die dreht sich. Das war mir so klar. Ja, hol noch ein bisschen Schwung, Lara. Gleich ist sie wieder da. Nein! Tut mir das nicht an? Bitte. Geh hoch. Oh. Geh rein. Lauf. Lauf. Boah. Geh auf. Jonah, ich hab die Adlerprüfung erledigt. Die verborgene Stadt kann nicht mehr weit sein. Mega. So. Okay. Okay. Da müssen wir rum. Hier ist so nichts. Okay. Ich dachte, da kann ich mal springen. Aber ich glaube, hier muss ich springen. Kann das sein? Obwohl. Ich kann. Auch. Achso, ich komm da hinten aus, oder was? Bin ich schon voll. Okay. Okay. Die Frage ist nur, komme ich bis dahinten gesprungen? Oder lande ich wie die anderen da unten? Ja. Man muss es ausprobieren, ne? Ich sete einfach mal an. Ich bin. Ich bin. Ich liebeしょう. Ich bin. Ab. Ich bin. Ich bin. Ich bin. Vielen Dank.